Ich kann mich nicht bewegen, weil ihr hier die ganze Zeit rumspringt. Aber du kannst nicht ständig springen. Du musst wieder safe gelandet sein und weiter springen. Ich kann mich noch nicht immer bewegen. Ach doch, mit links rechts. Ja, A und D. PSF to reset. Ja, okay. Oh. Das ist ja witzig. Ey, blem platz da. Ey, ihr seid fies. Aber hier gibt's keine Extras. Oh mein Gott. Das ist genauso aufgebaut. Joghurt da tata. Joghurt. Ist er von unten wieder hochgekommen? Ach, ja bin ich. So nun was im Weg. No you. Hey. Bist du mit Absicht langsamer? Ah. Ne. Boah, Alter. Leck. Oh. What? 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 Oh, du musst wirklich stehen bleiben ne kurze Zeit. Ja. Das ist ja bitter. Was denkst du wie froh ich war, dass ich so schnell durchfahre? Das bedarfst du bis Chaos und das mit mehr Leuten spielst. So, nächstes Level. Ich war erster am Arsch. Ich war erster am Arsch. Ach, du hast süß gemacht. Bin sehr begeistert. Huch. Kinder. Jooo, Übersprung. Übersprung! Aber sowas von. Ach, hier ist das das zweite Level von dem ersten Super Mario. wir sehen uns irgendwann es gibt sogar die pflanzen die hier einen angreifen aber die machen glaube ich nix ich glaube es gibt nur so wie kann man das machen du kannst runterfallen und das ist sterben ja dann fängst du von vorne an am checkpoint naja es gibt checkpoints das klingt ja untergefallen dadurch ist er hinter felix gekommen jetzt ist felix der erste das schon cool gemacht ich bin vor dir schon durch aber von denen die übrig bleiben lumi hüpft nicht über den goomba drüber was denn du bist du hast kredi durch überholt und kredi hat sogar noch mal verkackt du mich noch vorbei an ihm was ich bin vor allem cd war ich zweiter und irgendwie solo seit seinen dingen ist es irgendwie nicht bleibst du dann ich muss auch mal gewinnen können ja ein betritt aber waren jetzt weiter hat er jetzt aufgegeben der hat jetzt gerade die maus weggeworfen nee 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 ob man doch eine alte playstation maus ich hab jetzt rangesoomt ich hab euch nicht ranzoomen dürfen ich hab rangesoomt dann komm ich wieder raus gesucht sono spielt beleidigte leberwurst ja anschauen im spectator gar nicht aber ich hatte gerade immer den abstand den es sonst hatte doch so lange war das nicht mehr muss rauszoomen 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 genug platz ab ich habe gerade rangesoomt ich schlau das füchschen bin eventuell absichtlich zurückgefahren xinia wenn du auf mich drauf hüpfst geh weg geh weg du sauer du kannst du hast ein cool doch auf dem sprung ich habe auch für uns ein double jump gehabt lustigerweise in der luft ach du bist wirklich ganze zeit im weg oh nein da war ich zu eilig ach man ey weil du mich einfach runter geschoben hast Moment warum rollten lumi noch auf dem auf dem startfeld rum ja weil lumi gerade r gedrückt hat um wieder am anfang zu kommen oder am letzten checkpoint zu kommen weil ich irgendwo um niemals land war dann drückt doch f nochmal f ist der letzte checkpoint f ist der letzte checkpoint das wäre vielleicht sinnvoller gewesen ja also wenn du einmal r falsch drückt kannst du wieder f drücken um mich wieder so hinzusetzen wo du warst wenn ich muss eigentlich auch die maus mal kurz bewegen um von der seite den anderen zuzugucken ja muss ich ja kann man nicht das mausrad drehen ja das musst du dann nachher rausdrehen das ist eine schlechte Idee das ist das mausrad das muss ich schon sehr sehr oft drehen damit sich da überhaupt irgendwas verändert ne du sollst es aber beim zuschauen darfst es nicht drehen dann bleibt es immer gleich dann hast du immer die gleiche sicht wie schön das bei lumi rumleckt bei mir leckt es bei lumi gar nicht bei mir schon bei mir ist ziemlich smooth was sie da macht du brauchst nicht da draufhüpfen lumi ja doch also sie macht es aber jetzt ne ja ist voll schwer aber sie macht es ich glaub du es ist schneller wenn du von der ersten stufe draufhüpft ja ja du kannst dir einen sprung oder zwei sparen das ärgert mich jetzt ein bisschen war so gut dabei die maus bewegen das ist total strange tschüss früh start und man hier schneller mit springen solo ein bisschen zu viel los hier jawohl schönes momentum behalten lieber safe machen ich bin schon durch aber hier fliegt doch immer ins wasser oder was ja Felix musst du drauf bleibe ja langsam kriegst du den Dreh raus hier aber die sind alle schön grad hinter mir da in das Staubische reingefallen Felix ist da sogar dabei der hat unter euch den Wasserfall mitgenommen als ihr alle drüber seid da muss man übelst zurückfallen der Ben ne gib ihm direkt Gas hier müssen wir blockieren ja danke Xaeli ne Felix hau ab ihr geht mir halt aufm nüschel ey im wahrsten Sinne des Wortes hm schönes Ding ja danke alter was was nein die Blume geh weg oh nee wieso springt er nicht ach hm schön huch was zum Henker die Blume frisst einen wirklich ja mich nicht mich hat sie nicht gefressen ich bin der vorhin einfach ich bin der vorhin einfach ich bin der vorhin einfach durch die Blume durch ja lass uns was durch die Blume sagen die Blume frisst mich aus so nem Grund nicht ich hab mich vorhin gebissen aber das ist nichts passiert echt hast du denn wirklich die Hälte in fest du hast eigentlich zurück gesetzt dann nö mich nicht ha ich bin einfach the master of game design ja vor allem bis es ist weder uns gewesen ja ich bin dritter immer hin aber ich spiel wie die letzte kurze grad ja aber es ist nur knapp es ist nur knapp 13 13 ok 18 vergisst es bis eben was 13 13 14 hm dann ist es doch nicht mehr so knapp ja gut Felix und Xeli könnte ich noch kriegen zwischen Xeli und Felix du darfst nicht vergessen Xeli war nicht im Ziel guck mal der ist nicht mit dir auf einem Level hm ja ich hab's grad gesehen der ist wirklich das ist unfair hüpf 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 für mehr schwung ich weiß nicht ob das hier noch so gut ist ach vielleicht doch ja hüpf 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 einfach draufgegangen, ey. Ähm. Okay. Diese komische Brennendinge, was macht das bei euch Sachen? Ich rolle einfach drüber. Nee. Der blockt eigentlich. Das hat er versucht, aber ich bin dann so halb von oben raufgefallen. Nee, der blockt dich eigentlich. Den hab ich runtergefallen. Danke. Verdammt, ich dachte, ich kann dich noch behindern. Hat auch nicht so gut funktioniert. Sonst wohin katapultiert, ne? Ja. Ziemlich weit vor, danke. Hab ich gemerkt. Ich dachte, ich krieg dich noch behindert, aber ich bin zu spät gesprungen. Du hast mich einfach super abgestürzt. Ich seh da hinten irgendwo ein Schiff. Siehst du das Urban, wenn du leicht nach links mit der Maus gehst? Schiff? Guckst du grad zu? Geh mal nach links mit der Maus im Zuschauermodus. Ich seh ganz viel da irgendwie so halbfertige Welten gebaut. Ja, dann siehst du ja auch das Schiff. Nee. Bin wir auch noch hinten. Ich seh kein Schiff. Das ist für ein XG wie der Einzige, der hier am Runde hat. So, ne, im Zweifelsfall einfach immer ein Stück zurückrollen und dann lieber Anlauf holen, wenn du vor so einer Karte bist. Du darfst einfach nicht gierig werden. Du hast das gleiche gemacht wie ich, oder? Du hast eher gedrückt. Weil du hast die Checkpoint schon aktiviert und fährst grad trotzdem nochmal neben vorbei. Nee, das sind deine Checkpoints, die du aktiviert hast. Ach so. Du siehst nicht, ob jemand das schon aktiviert hat. Mit Essen spielt man nicht. Hi, Flower. Wo spielen wir denn mit Essen? Weil so nur unsere Beute ist? Hm, Beute. Richtiges Uff. Irgendjemand muss mir jetzt mal Schokolade kaufen gehen. Ja, bringt mir welche mit. Ich muss nach Dresden kommen, ich hab Haufen dabei. Felix, ich komm morgen für dir und hol dir ab. Hm, ich kann auch morgen vorbeikommen. Moment, wieso bist du gerade aus dem Wasser gesprungen? Was denn du für ein Cheater? Ja, aber... Cheater ist mit deiner Fasse rum. Ich schreit doch mal auf hier. Ja, und deswegen kann ich ja trotzdem andere Cheater bleiben. Oh, Flauer. So, nur das geht noch. Da hinten ist es nur ein Hindernis. Oh, no. Das ist wirklich nur noch ein Hindernis. Oh, no. Du hast früher nie gern Super Mario gespielt, oder? Klar. Das ist einfach nur Trick. Du musst einen Moment liegen, bevor du wieder springen kannst. Teilweise kannst du das Momentum nochmal in der Luft verwenden, aber... Ich bin überholen, ich bin überholen. Oh Gott, what? Oh what? Oh what? Wie cool. Die Physik ist komplett anders. Ja, natürlich. Geh weg, Lumi. Ah, ihr könnt schwimmen, ihr könnt mehrfach jetzt. Ja, ja, ich weiß, aber es geht nicht. Wenn du eine Pflanze bist, nicht, zieh dich an. Schnell genug. Erstens schnell genug, zweitens glaube ich, die Pflanze behindert einen. Das ist ja geil gemacht, ey. Das Level Design ist so awesome. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Super kreativ. Gehst du weg, Felix. Warum? Ich kann mich doch auf dich stellen. Ach, wir sind jetzt generell im Wasserbiom wahrscheinlich. Ich komme jetzt noch ein paar Wasserlevel. Das habe ich nicht so mitgekriegt. Äh. 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 Xeni, weg da. Oh, what? Moment. Hä? Nach unten. Nach unten ist ein Vulkan. Oh, no, 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 no. Platz da. Ihr seid alle im Weg. Was wollt ihr? Ne, hör doch mal auf, Soto. Mach's Loch auf. Ach, Soto ist hör mal auf, Mensch. Mach's Loch auf. Jetzt habe ich F gedrückt. Ach, Mann. Ja, da hat sich so ein böser Stein dazwischen geschoben am Ende. Ja, ja, die bewegen sich, die Steine. Hä? Ja. Hä, wo bin ich denn? Der zweite, oh mein Gott. Wollte mich komplett verarschen. Der ist von der Welt gefallen. Haha. Soto hat mich halt gefühlt drei Minuten lang behindert. Äh. Das ist nicht euer. Ich darf jetzt alles noch mal von vorne machen, weil ich aus der Welt rausgefallen bin. Ey, ich habe so aus dem F gedrückt. Äh, die, die Vulkan-Dinger pusten dich weg. Deswegen kommst du nicht überlang. Ach so. Hab's gesehen. Natürlich schlimm. Ich war hinter, hinter dem, hinter dem Ziel, dem war ich drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man hat es ja so liebevoll gemacht, ne? Ja. Wirklich. Extrem schlechte Steuerung. Ich feiere das hart. Ja. Die Steuerung ist komplett trash. Äh. Geht weg. Oh mein. Was ist das denn? Hahaha. Hihihi. Machen wir das eigentlich alle noch mal? Oh Gott. Ähm. 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 Ey. Och man. Äh. Jetzt hat mich drei Minuten wieder weggedrückt. Och Lumi. Mach dich zu dick. Toll. Jetzt steh ich dann noch mal bei dem scheiß Wind. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sehe gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Irgendwo geht's hier durch. Das ist echt schön. Die hier schön auf ihrer Leertaste alle hämmern. Oh jetzt geht's wohl ins Winterbiom, wa? Scheiße. Ab geht's. Och man ey. Da haben mich wirklich alle Leute mal richtig so schönseitig geschoben. Ja ey. Ja. Du bist, du hast 15. Ich bin auf jeden Fall der, ich hab 20 jetzt. Du hast 8 Punkte Vorsprung. Ich war auf jeden Fall der Behinderte diese Runde. Ja. Hör auf rumzuhäulen. Guck mal auf deine Punkte. Guck mal auf deine Punkte. Guck mal auf deine Punkte. Nein. Ach so. Das kann was. Oh oh oh. Felix du Sau. Du hast mich komplett ins Haus getragen. Ja schön. Gott Lumi. Wie Lumi für Scheiße. Wie ihr mich alle draht. Das ist so super. Nein. Scheiße. Yay. Felix hat mich kurz vorm. Ich bin der erste. Felix hat mich kurz vorm Checkpoint hat wirklich uns ausgeschoben. Ey ohne Scheiß. Ich bin das letzte Spiel das erste Mal mit einem Hole in One. Ja Lumi. Ich bin wieder da. Felix hat einfach, der schiebt einfach die Leute weg und ich finde das super lustig. Lumi hatte halt einfach das Lack des Todes. Sie ist erst mir auf den Kopf gesprungen, dann dem Solo und dann noch dem Felix. Ich war erster und Felix ist einfach unter mir und schiebt mich ins Aus zwischen den, in so einem Loch zwischen den zwei Plattformen. Das Beste ist, Sono steht da, aber ist nicht komm angesprungen. So ey ey. Du musst auf das Geil von Sono. Ja der trollt uns jetzt, weil er letzter ist. Troll Sono. Das war. Sono spielt äh. Das ist kein Spielverderber. Sono spielt nicht Mipo, sondern Sono spielt einfach Multigaming. Sono spielt Mimimi und nicht Mipo. Ich hab grad meine, meine Pfeiltasten bewegt sich und dachte so, ich bewege grad Sono. Du hast gefinisht. Ach schön. Lass mich da auch wieder runterrollen, siehst du mal. Oh, das ist Sonic. Das ist nicht Mario, das ist Sonic. Ne, das ist auch ne Mario Welt. Ernsthaft? Könnte aber auch. Oh shit, da hätte ich nicht springen dürfen. Oh ne. Da hätte ich nicht springen dürfen und was machen alle? Springen. Oh Gott. Och Xeli. Och Felix. Danke Lumi. Schönes Ding. Ah. Och come on. Wieso werd ich nicht mehr weggeschoben von den Leuten? Ich will auch mal Leute behindern. Ich kann das nicht. Schönes Ding. Nein. Doch. Nein, doch. Doch. Hab ich verdient. Den hab ich verdient. Die letzten Runden bin ich nicht mehr gut. Du hast gar nichts verdient. Drei Punkte Abstand noch klein. Nämlich ist die Pflanze nicht, ja? Ja, die hatte ich gleich. Einmal, ja? Während ich hier die ganze Zeit von allen Leuten weggeschubst werde ich nicht auf jemanden zu behindern. Außer dich, Lumi. Aber dabei falle ich runter bei der Aktion. Ach, das war Absicht, dann entschuldige ich mich nicht, dass ich dich runter bin. Nein, das war nicht Absicht. Nein. Nein, ich wollte ihn blockieren. Nix blockieren. Ich mach das hier ganz safe. Ganz, ganz, ganz safe. Ey! Lumi. Ey, Lumi. Oh, was mach ich? Böse Lumi. Lumi nimmt Abkürzung, aber das hat den Checkpoint nicht. Wenn Lumi jetzt runterfällt, ist das ganz weit hinten. Die fällt nicht mehr runter. Ja, das will ich mal sehen. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Geht weg da. Pass auf Lumi. Jetzt geht's gleich nach rechts. Geht weg, ich weiß. Geht weg, ich weiß. Oh, Lumi. Nein. Ja, ja. Ah, du bist Lumi gefallen? Nein, Lumi ist frei. Es ist gut hier. Ach, denn was ist es am ersten schon? Ja, ich. Ach, Felix Suchida. Du bist halt wirklich der absolute Lacker, was das wegdrängen angeht. Ich werde halt immer sonst wo hingeschoben. Ich werde immer fünfter vom wegdrängen. Ja, alle gegen mich, das ist voll gemein. Ihr seid so schlechte Verlierer, das ist unglaublich. Wir sind ja nicht so ans Verlieren gewöhnt. Wenn auch. Wenn ich mal, wenn ich mal verliere, dann, ja, ist halt so. Genau. Und alle anderen so. Ich will nicht verlieren. Oh Gott. Ich bin nicht, ich bin nicht so einer. Ich werde wirklich, könnt ihr aufhören auf mir rumzutrampeln, bitte. Ach komm doch. Ja, danke. Aus dem Level geschoben. Ich wollte gar nicht, dass das mal aus dem Level gefallen kann. Kann das sein? Scheiße. Es stehen wirklich alle auf mir rum. Wir stehen halt auch nicht. Ich will aber nicht, dass Leute auf mir stehen. Warum springst du auf das Ding oben drauf? Du bist ein böse Amorarschkind. Wisst du? Felix werft nicht nur mich. Ich bin doch gar nicht. Wieso? Xenia hat doch gerade gesagt, du bist ein blödes Arschkind. Nein. Bäh. 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 Du bist ein blöser Mensch. Ja, siehste? Wer ist? Ja. Ich fahr jetzt einfach später los, dann stehen nicht immer alle auf mir drauf, weil alle auf mich drauf springen wollen. Ja, mach das doch. Ich fahr einfach später los. Schön. Ihr könnt mich alle mal, dann hüpfe ich euch auf den Kopf und dann weiter. Oh, das Ziel war schon hier? Ja. Ich wurde von Lumi und von Sonno hier runter in die Kajüde gestoßen. Jetzt hätten die irgendwas mit mir vor. Ich glaube es sind 16 Level insgesamt. Ach, schade. Schon klar. Felix! Alter. Das ist halt einfach nicht normal. Wie viel Lack der hat, der Mann. Er kommt wieder durch, weil Xenia ihn von unten anschiebt. Das ist doch nicht mein Ernst. Xenia, du hast Felix gerade geholfen. Ja, ich hatte ihn sonst blockiert, aber du hast ihn von unten geschoben. Moment, wieso fährt Lumi da so durch? Ich kann da mitfahren. Ey, jetzt ist wieder Jan! So zwei Leute auf mir drauf. Fickt euch, ernsthaft. Mann! Das ist halt nicht... Es fallen wirklich alle auf mich drauf. Immer so auf den Ben, auf den Ben, auf den Ben und ich spring nicht mehr. Ich kann nicht mehr springen. Nein, irgendwas hat plomb gemacht. Ich weiß noch nicht, was plomb gemacht hat. Ich bin alle über alle drüber geflogen. So schön. Ja, ist klar. Es war chillig. Oh nein. Nein. Man sieht so lange Zeit, lässt es mal wieder im Pulk von den Idioten, ne? Aua! 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 Böser Mensch! Böser Mensch! Böser Mensch! Böser Mensch! Böser Mensch! Wach bei mir rum! Ich komme bis jetzt gerade selber runtergeflogen! Das war im Bullshit! Das Spiel... Das ist schwierig mit der Kollisionsabfrage. Ach nö. Felix! Felix ist ein Arsch echt! Und du sagst ja, Felix ist voll okay! Jetzt willst du aber mal extra... ...wur mich zu nerven oder was? Ach schön! Xeli! Fahr doch durch! Ja! Ja! Ich hab's versucht! Ich darf nicht durch! Oh Gott! Oh Gott! Roll! Kugelroll! Das ist gar nicht so easy hier! Ich komm und helf dir! Geh weg! Als ob du durchkommst! Das ging mir zu gerade! Als ob du da durchkommst, bin mir das komplett zu! Und sonst war es komplett synchron vorher die ganze Zeit! Ich hab verloren! Ach Lumi, das ist... Das ist jetzt echt un... Also das finde ich das Spiel unfair! Du kommst synchron durchs Erste und das Zweite durchs... Egal, dass das zu ist bei mir! Da fährst du einfach durch! Das finde ich schon... Arschig! To XLC World! Ja, ich hab dich gerne gerätet! Gar kein Ding! Oh Mann ey! Das ist so... Das ist sowas, wo ich das Spiel unfair finde! Wow! Ich kann da nicht einfach durchfahren durch beide! Das war einfach zu langsam! Damit ist Felix nämlich jetzt Erster, weil er am Ende richtig hart weggeräumt hat! Nee, Felix war der Letzte! Ach nee! Felix ist noch nicht durch! Ich bin Letzter! Ich war der Erste! Äh, Felix Felix Erster! Vorm Letzten Level! Um einen Punkt! Hol'n wir mal irgendwo an! Alalala! 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 Jetzt kommt der... Die Boss Stage! Ich bin überhaupt nichts! Ah, schön hab' ich denke! Ah, jetzt kommt's von der Endkampf! Gegen Bowser! Er ist da grad nach hinten komplett ge... Das war ich! Ich hab' mich voll... Ich hab' mich gestummt und ich bin nach hinten gefallen! Wie auch immer das physikalisch möglich ist, wenn ihr vor mir fahrt! Aber... Du bist drauf gesprungen! Oh no! Ah! Oh what?! Okay! Ich... Nein! Man kann hier nicht versinken ohne zu sterben! Ich war in der Lavakrade und bin ich gestorben! Och nee! Ich war einmal durch! Da war's halbwegs synchron! Moment! Hier gibt's zwei Wege, ne? Da gibt's viele Wege! Was? Sono kann die Stachel berühren und stirbt nicht? Ich wurde zurückgesetzt! Alter, schon gar nicht! Nee! Die darf man nicht berühren! Das funktioniert immer nicht! Das freut doch mal auf Save auch nicht berühren! Doch! Ich... Also ich wurde schon zurückgesetzt bei Stachelberührung und da wurde Sono nicht zurückgesetzt! Also von daher... Bin ich mir da nicht so sicher! Ich bin vor noch an die Lava gefallen! Oh scheiße! Ich bin beim Lava gefallen zurückgesetzt worden zum Beispiel auch! Ja, aber dafür hast du vor ein paar Mal die Blume gestreift! Einmal! Genau! Ein... Mal, Lumi! Du hast dir die Blume gestreift, ja! Man, so ausrasten! Weil sie mir das schon seit einer halben Stunde vorwirft, dass ich immer die Blume umgehen würde! Ja, immer! Du wirst manchmal auch ganz gerne in anderen Spielen sagen, ja, das ist ganz... Oh, Solo! Warum ich hier so langsam? Wird links oben angezeigt? Baut aus übrigens ganz easy zu besiegen, wer Super Mario mal gespielt hat! Ja, wir wissen alle, wie er so besiegen ist, aber der pustet halt und ist unten! Ich bin dann nicht mal da! Ich bin dann noch ne Beine weg! Nein, Xenie! Wir teilen uns den ersten Platz! Mach den ersten! Ja, Gesamt! Der ist weiter und dritter! Moment! What? Oh, Felix hat's eh noch geschafft! Felix hat's eh noch geschafft! Felix war super early im Game! Ach nein! Ich hab die Flanke gar nie abgekommen von dem Bowser, der ist einfach hochgesprungen! Ja, wenn du schnell genug bist, aber ich hab... Wenn du, glaub ich, nicht resetest, dann kommst du perfekt durch! Muss ich da über den einfach drüber springen? Nee, du musst unter ihm durch, du kannst nicht drüber springen! Man kann doch auf die Kugeln hüpfen, oder nicht? Nein! Wird schwierig! Denk nicht! Denk nicht zu kompliziert! Der geht irgendwann hoch, dann musst du und du ne durch! Geh am besten ganz nah ran ans Feuer! Ne, dann... Steh mal auf! Zack! So nur wartet auf mich! Ne, so nur ist ins Ziel gerollt, kurz vorher! Gott sagen! Wo hast du denn den Ding berührt? Schweinerei hier! So... So...